Und zwar habe ich hier einen riesen Karton und packe das natürlich wieder mit euch aus. Das ist die Bestellung von meiner Homeparty und ja, sind wir mal gespannt, was da alles drin ist. Ich habe gerade Limette trunken. Das war Wasser mit Limette. Ich glaube, da war es so Limettenzeug drin gewesen. So, lauter Nachrichten kriege ich auch noch. Also mitgekommen ist mal alles. Das zeigt es dann immer hier an. Und das müsste von einer Homeparty sein. Ja, das glaube ich schon. So, das machen wir mal aus. So, dann. Ich packe jetzt erstmal alles aus und dann. Ich kann nicht mit euch durchgehen, was da alles so drinnen war. Dann nehmen wir nochmal Karton. Da sind die restlichen Bars drin. So. Dann tell ich euch hier mal in die Mitte hin. So. Und irgendwie, irgendwo. Okay, wir mal hierher. den Platz habe bei diesen vielen Bestellungen. Also, wir haben hier einmal die Rock Query Lampe von der Homeparty. Die habe ich auch gehabt. Die ist so mit orangenen Farben. Also, das ist ähnlich wie die Salzkristall. Hallöchen, Hallöchen. Das sind ja ein paar, wo zuschauen. Äh, so ähnlich wie diese Salzkristallrampe. Also, die Rock Query, die habe ich euch schon mal vorgestellt. Und hier wurde einmal bestellt. Zum regulären Preis. Also, ganz normal. Ich zeige euch dann später, was die Gastgeberin sich dann alles ausgesucht hat. Dann wurde bestellt, Light from Within und Edged Core in Rosé Gold. Also, zweimal die Mini Duftlampe. Weil hier haben sich dann einfach diese eine Mini Duftlampe mit drei Düften im Sparangebot eben geholt. Da ist dann immer noch einmal dieses Keramik Wandstecker mit dabei. Also, es kommt dann immer eins und die zwei Packungen ist für eine Wandsteckerlampe komplett. Da ist dann immer die Glühbirne und der Wandstecker drin. Und da ist der Schirm immer drin. Und da sind auch meistens die Gummis drinnen, wo man hinmachen kann. Hallo! Und, ähm, ja genau. Also, das wurde einmal bestellt. Immer im Kombi-Angebot. Einmal eine Wandsteckerlampe mit drei Düften. Und hier eine Wandsteckerlampe mit drei Düften. Da spart man sich nämlich 3,50. Dann wurde ein Sensi Go bestellt in Rosé Gold. Da dazu noch Pots. Da hat man das 3er Sparangebot als Pots genommen. Gibt ja auch Kombi- und Sparangebote. Und zwar zweimal mit dem Duft Lemon Verbena. Weil der so lecker krocknet, hat sie gesagt. Das hat dir so gut gefallen. Und dann noch was Weihnachtliches. Da hat sie jetzt Christmas Cottage genommen. Ich glaube, das hat für Weihnachten noch ein bisschen was. Boah, lecker. Oh! Ich glaube, ich habe immer Winterberry Appletee bloß gehabt. Christmas Cottage ist ja auch geil. Mega ist tot. Ha! Ich weiß schon, wer da den Christmas Cottage jetzt bald bestellt. Schade, ich habe heute schon die Bestellung abgeben. Boah, der riecht richtig mega lecker. Lemon Verbena ja eh. Der ist so frisch und zitronig und so leicht mit Limette. Der ist einfach geil. Und den hat sie halt einfach zweimal bestellt. Also richtig super. Genau. Und da hat sie gesagt, mit dem Sensi Go ist er einfach flexibel. Und kann einfach den überall hin tun. Also der ist ja mit Akku. Da hat sie jetzt den großen Mann mit 18 Stunden Akkulaufzeit. Fahrtwechsel. Oh, danke schön für die Herzchen. Und dann hat sie gesagt, dann kannst du es mal ins Esszimmer stellen. Mal ins Wohnzimmer. Sie kannst einen Balkon oder einen Garten auf Terrasse mit rausnehmen. Man kann ins Auto mitnehmen. Also überall. Wir haben ja im Campingurlaub immer auch mit dabei gehabt. Und auch im Garten. Campingurlaub für draußen. Und auch. Also wir haben dann auch mit den Lemon Verbena gehabt. Wegen den Mücken. Also es hat bei mir voll gut geholfen. Also meine persönliche Erfahrung. Genau. Also die hat einmal den Sensi Go und diese drei Pots. Dann wurde, oder war es nur zwei Pots. Einmal Lemon Verbena und einmal Christmas Cottage. Und der anderen Kundin haben die Pots auch so gut gefallen. Und die hat auch Lemon Verbena genommen. Stimmt. Und den Wandstecker Ventilator. Der ist immer nur in der Schatztruhe. Der Rosane. Der ist nämlich zum halben Preis. Der kostet glaube ich anstatt 42 nur 21 Euro. Und das ist halt echt ein mega super Preis. Genau. Die hat dann dieses Angebot von der Schatztruhe genommen. Mit einem Duft dazu. Genau. Weil die fanden den Duft auch so toll. Den haben die mit dem Sensi Go drinnen gehabt. Und fanden die alle so toll. Genau. Dann wurde bestellt die Tudor Lampe. Richtig schön. Die habe ich noch nie in echt gesehen. Ich schau jetzt mal schnell. Ich kann ja gleich gucken, ob alles passt, alles okay ist. Das sind ein Glas Schäechen. Das ist sogar ein Milchglas. Sehe ich. Ein Milchglas Schäechen. Die war ja auch in dieser Schatztruhe. Hier geht das jetzt raus. Ich stecke so fest. So schaut ja aus so ein Metall. Seht ihr das? So braunes Metall ist das. Und innen so lila. Schau mal, ob ich das so hochkopf kriege. Ah, und das ist mit so einer Heizplatte. Also das wird mit Heizplatte erwähnt. Und innen ist dann wie so eine LED Lampe. Genau. Super. Das hat sich eine rausgesucht. Auch aus der Schatztruhenangebot. Schön. Die habe ich auch noch in echt gesehen. So. Dann tun wir das wieder da rein. Schön mit lila. Die kann ich euch halt jetzt nicht zeigen, weil das ist von der Kunde noch Bestellung. Also da will ich jetzt nicht das Licht anmachen. Aber so, das macht alles. Ist alles okay. Genau. Einmal die Tudor Lampe. Und dann wurde bestellt zweimal die Every Moment Matters. Weil die halt echt super günstig ist. Weil ich glaube die kostet zum 60, 70 Euro. Und die war echt auf 22 Euro reduziert. Das ist abnormal. Und dann, ähm, Hallöchen. Das war echt. Also die haben sich zweimal geholt. Einmal hier. Einmal da. Genau. Dann hat es die zwei Lampe gegeben. Mit dem Spruch ist ja auch einfach schön. Jeder Moment zählt. Und ja. Das ist echt schön. Und schöne Farbe. Oh. Dankeschön. Ich weiß nicht wie du heißt. Turi Musa. Steht noch dran. Aber danke. Ja. Ne genau. Every Moment Matters. So. Das haben wir alles. Dann hat es ja noch ganz viele Düfte gegeben. Da ist noch einen ganzen Tag tot. Ähm. Das sag ich euch mal, was wir alle bestellt haben. Also einmal wurde Blackberry Cider. Warte. Ich ruhe euch mal ein bisschen her. Ich ruhe euch mal ein bisschen her. Da muss ich nicht so schreien. Und. Ja. Genau. Der Kleine ist gerade draußen. Weil die Tungen gerade zählen. Alle mit dem Traktor unterwegs. Und jetzt. Der wollte eigentlich mitfahren. Aber. Ähm. Der Nachbarsjunge. Wo er mitfahren wollte. Den haben wir jetzt gar nicht gesehen. Auf dem Traktor. Auf dem Bulldog oben. Und jetzt sind wir gerade wieder heimgelaufen. Ich sage. Ich muss nur die Bestellung hier. Schnell fertig machen. Der ist jetzt unten im Garten. Spielt mit dem Drehtraktor. Und. Ähm. Spielt da jetzt noch schnell. Und dann. Wenn ich das fertig habe. Richte ich das noch schnell zusammen. Und dann gehe ich zu ihm noch raus. Musa. Bist du. Okay. Ja. Dann weiß ich das auch. Ja. Also einmal wurde Blackberry Cider bestellt. Dann. Den Spice Cake. Der ist ja sehr im Bäckerei Duft. Aber dass der jetzt bestellt wurde. Das erste Mal. Ne. Das zweite Mal schon so. Genau. Weil. Ich mag nicht so diese extra würzigen. Und Bäckerei Düfte. Aber ja. Spicy Cake. Spice Cake. Richtig so. Wie so Lebkuchen. So ähnlich. Dann wurde. Gleich zweimal. Ja. Zweimal. Blackberry Sandalwood. Haben sie zweimal. Mal bestellt. Wie sie dann alles nur sortieren. Wer dann was kriegt. Genauso wurde auch zweimal Scarlet Sunflower. Oh. Der ist auch einer meiner Lieblings Düfte. Ich könnte mir auch voll gut vorstellen. Weil ich das jetzt gerade sehe. Blackberry Sandalwood mit Scarlet Sunflower mischen. So rot und gelb. Das wäre aber. Das ist so ein ganz angenehmer. So leicht sommerlicher Duft. Oder so mit Apfel war der glaube ich auch. Der Scarlet Sunflower und Sonnenblumen. Und der Blackberry Sandalwood ist ja so diese dunklen Beeren. Und dieses holzige leicht. Und das zusammen kombiniert. Boah. Das müsste ich mal austesten. Warte. Das schrei ich mir schnell auf. Sonst vergesse ich das. Das wäre eine coole Kombi. Weil ich habe nämlich was vor. Dufte zu mischen. Und. Das will ich ja selber erstmal austesten. Und es dann eben auch vielleicht ein paar Proben machen. Aber ich habe so viele Sachen wo ich mischen wollte. Das schrei ich mir jetzt mal auf. Das könnte eine coole Kombi sein. Scarlet Sunflower. Plus. Blackberry Sandalwood. Genau. Gut. Aufgeschrieben. Ne. Genau. Dann wurde bestellt. Pommegranate Prosecco. Also so voll der Mädels Duft. Mit Sekt. Himbeere. Granatapfel. Mega lecker. Gleich ein. Zwei. Dreimal. Der kam mega gut an. Auf der Homeparty. Also den haben die alle echt super gefunden. So prickelnd. Erfrischend. Fruchtig. Also richtig toll. Gleich dreimal. Dann haben wir Coconut Lemongrass. Das ist auch so ein absolut. Überall Coconut Lemongrass dabei. Gerade bei Bestellungen. Ist ja witzig. Dann wurde Christmas Cottage. Also genau wie der Pot auch. Als Duftbar. Als Wachs. Dann haben wir hier eins. Zweimal Winterberry Appletee. Einer meiner Lieblingsdüfte eben auch. Aber der gesagt hat für Winter. Winterberry Appletee. Christmas Cottage. Die zwei Düfte sind super. Dann wurde bestellt Tinselberry. Curry. Das war glaube ich dieser Duft. Wo mich so erinnert. Wie so Milchreis. Mit Zimtzucker. Und so pürierte Erdbeeren dazu. So Erdbeermousse. So hat das für mich gekochen. Also da war kein Milchreis dabei. Aber da war was mit Zimt und Zucker. Und so pürierte Erdbeeren. Da wurde jetzt einmal der Tinselberry bestellt. Danke für die Herzchen. So viele Herzchen gleich. Simply Black Cherry. Curry. Also der absolute Kirschduft schlechthin. Wer Kirsche mag. Wird Simply Black Cherry lieben. Ich habe den oft einmal gemischt mit Pina Colada Cha Cha. Und eine Kundin hat den auch mit Coconut Lemongrass gemischt. Der ist richtig geile Kombi. Schmeckt richtig gut. Also ich liebe Kirsche und ich liebe den Duft. Dann Appleberry. Oh ja. Den gab es den jetzt als Badesalz. Oder der kommt als Badesalz. Den habe ich letztens auch bestellt. Der war auch richtig. Ich mag voll so bärige, fruchtige, süße Sachen. Ihr seht das schon, gell? Und frisch. Die kann ich mal empfehlen. Appleberry wurde bestellt. Dann macht die jetzt halt hier noch zusammen. So ist schon gar kein Platz. Dann Lemon Sorbet. Also einmal Coconut Lemongrass. Lemon Sorbet. Also wie das Zitroneneis. Also fruchtig. Wie ein fruchtiges Zitronen Sorbet. Also richtig lecker. Den habe ich auch immer. Da habe ich nur so einen Stapel zu Hause. Voll lecker. Dann. Oh. Lemon Verbena. Lemon Verbena. Wie bei den Pots, die wir auch gehabt haben. Sensi Girls. Den haben echt irgendwie bei der Homeparty jeder gemocht. Lemon Verbena. Voll gut. Dann Blueberry Rush. Den haben jetzt auch echt viele bestellt. Ich glaube das ist sogar ein Bestsellerduft. Blueberry Rush. Den haben jetzt echt viele gehabt. Mit Heidelbeere so. Das ist wie beim Aladdin Duft. Der neue Disney Aladdin Duft ist eine Mischung zwischen Blueberry Rush und dem Disney Angel Duft. Also da die Kombi. Das ist so ähnlich wie dann der Aladdin Duft. Also. Voll gut. Dann gab es Gogo Mango. Und nochmal Gogo Mango. Zweimal Gogo Mango. Ah das war auch einer meiner ersten Düfte. Den hat. Wo ist mein Faultier? Vom Luca. Da war nämlich auch Susi. Das Faultier. Gogo Mango da. Der hatte Gogo Mango. Im Bauch. So kleine Duftkügelchen drinnen. In dieser Duftrichtung. Das war Luca sein Lieblingsduft. Gogo Mango. Genau. Und das war auch einer meiner Düfte. Wo ich am Anfang auch gehabt habe. Genauso wie Pink Cotton. Den habe ich damals auch am Anfang gehabt. Also ich habe Gogo Mango. Pink Cotton. Waren meine ersten Düfte. Wo ich gehabt habe. Der wurde bestellt. Spiced Berries. Den weiß ich ehrlich gesagt selber gar nicht mehr. Ich habe den nicht so im Hinterkopf. Aber ich denke den mache ich bestimmt auch. Wieder was Beriges. Spiced Berries. Bin gespannt. Vielleicht sind da auch so Gewürze oder so dran. Und. Ah ja. Nochmal Winterberry Apple Tea. Nehmen wir den dreimal. Dreimal Winterberry Apple Tea. Genau. Der Cartoon ist leer. Dann war es das eigentlich schon. Also meine Kundin. Die hat hier von diesen Düften. Einmal so ein 6er Spar. Äh. Sparangebot genommen. Die konnte sich ja dann kostenlos. Ich glaube für. Ich glaube für 55 oder 57 Euro. Konnte sich kostenlose Sachen raussuchen. Ich glaube die hat sich. So. Ähm. Gogo Mango. Bestellt. Gogo Mango. Einmal so ein 6er Sparangebot. Und dann hat sie. Hat sie zwei 6er Sparangebote genommen. Oder hat sie da dann noch so eine Lampe rausgesucht. Weil die nur 21 Euro gekostet hat. Genau. Also das einmal. Dann hat sie halbe Preisartikel gehabt. Da hat sie einmal noch einen zweiten Sensi Go genommen. Zum halben Preis. Auch in Rosé Gold. Das sind beide in Rosé Gold. Einmal von der Kundin. Einmal von der Gastgeberin. Und dann nochmal als zweiter halber Preisartikel. Die Duftblumen. Sie hat gesagt. Sie bricht eigentlich gar kein. Das war ja volle coole Aktion. Sie braucht eigentlich gar keinen halben Preisartikel mehr. Und dann hat sie überlegt. Ja. Ob jemand anders noch einen halben Preis will. Und dann haben sie gesagt. Ja. Auch weil manche wegen Duftblumen hin und her überlegt haben. Und dann habe ich gesagt. Wir könnten auch zum halben Preis. Das 3er Kombinierangebot von den Duftblumen nehmen. Da spart man sich einmal 3 Euro. Das dann zum halben Preis. Und dann zahlt man anstatt 22,75 Euro. Kostet sie. Ich glaube nochmal. Hat dann jede nur 11 Euro gezahlt. Für die Duftblume. Und dann haben sich 3 Stück davon von der Homeparty sich das ausgesucht. Und gesagt. Oh. Ich will aus der Duftblume. Und die haben sich die dann ausgesucht zum halben Preis. Also eigentlich hätte das ja der Gastgeberin können. Aber die gesagt. Sie braucht nicht mehr. Und ja. Die hat sich dann echt das rausgesucht. Genau. Voll cool. Echt schön. Ja. Da ist dreimal Duft. Ich kann auch nicht mal Duftrichtung sagen. Die haben ja alle das gleiche genommen. Die haben alle die Dahlienform genommen. Also die Dahlienblüte. Und alle 3 Blue Grotto. Also das weiß ich noch. Ich kann jetzt alle nachgucken. Aber da ist überall Blue Grotto. Blue Grotto. Genau. Also das ist ein richtig toller tropischer Duft. gerade für Bart ist das super. Mit Blackberry. Ah findest Du ganz toll. Ja super. Ich muss mir echt alles mal merken. Bestimmt mein kleiner. Ja mein Schatz. Ja. er hat sich gerade eine pusteblume gepflückt und gepustet und hat sich was gewünschen er hat sich eine feuerwehr gewünschen das sind ja noch wünsche er siehst und ja er soll noch schnell hochkommt sich was zum trinken holen ich mache ihm das bloß immer schon auf weil er kriegt es dann selber nicht auf wenn es noch ganz fest zu ist genau das ist ja gut zu wissen mit blackberry apple simply black cherry dann und berry warte was meinst du dann genau ich gucke gerade apple berry blackberry apple meinst du nur den apple berry oder gemischt mit simply black cherry und den apple berry die gemischt vielleicht noch schaut auch schön aus von den farben her die bestimmt gut zusammenpassen genau das war eigentlich schon die ganze bestellung dann machen wir mal heute nicht so ein extrem langes video ich pack das alles noch schön zusammen das nachher richten und tun was schönes mit dazu und die meiner gastgeberin noch mal bescheid und dann schauen wir mal dann macht es mal gut danke fürs vorbeischauen und zuschauen und ja ich gehe jetzt noch richtig so schnell her und dann gehe ich noch mal raus in die sonne so schönes wetter ist das wetter ausnutzen weil ich bin samstag sonntag nicht da bin die ganze zeit arbeiten einmal lidl einmal noch mit sensi am sonntag open house party stando in ochsenhausen und dann bin ich unterwegs und ja aber da freue ich mich schon und nächste woche geht es ja wieder normal weiter und dann ist alles wieder mal ganz normal und ich bin wieder fit und gesund und passt endlich wieder genau na gut also dann tschüssi bis dann ach so habt ihr nur das gesehen ab 735 euro jetzt ab oktober also wer noch eine home party oder taschen party whatsapp party facebook party wir haben ja so viele möglichkeiten so viel auswahl oder nur einen shopping link alle die wo im oktober einen entweder den shopping link auch wenn man schon einen hat der wo schon angefangen ist jetzt hat vom letzten monat ist egal wenn wir 735 euro zusammen haben und den im oktober beenden gibt es eine sensi tasse dazu und die decke ich habe es eigentlich schon gezeigt ich kann es euch nochmal zeigen und zwar und die kann man halt die kann man sonst einfach nicht kaufen die gibt es eigentlich gefunden ja sonst gar nicht irgendwie zum herkriegen genießt die sonne ja das werde ich machen und zwar ist einmal so eine sensi tasche äh tasse warum sage ich immer tasche wahrscheinlich wegen der dufttasche sensi tasse wo es dann umsonst gratis dazu gibt und noch eine decke das ist glaube ich glaube ein wahnwert von 56 euro wo der gastgeber zusätzlich kriegt wenn ihr 700 35 euro voll habt habt ihr mindestens 110 euro kostenlose artikel 3 halbe preisartikel zum aussuchen zusätzlich obendrauf die tasse tasse und die decke die kann ich euch auch noch schnell holen ja gleich mein schatz hier das ist unsere kuschel decke ich kann es euch auch mal zeigen wie groß die ist dass ihr das mal seht gleich mein schatz so sie kann mich verstecken ich bin 175 groß und auf der anderen seite da steht dann unten auch sensi drauf sieht man das überhaupt genau und die ist wirklich richtig kuschelig flauschig unser kater kommt auch mal mit herkuschelt mit drei flacken auf der couch und dann stampft sich so der kater noch auf unsere füße oben drauf die ist echt kuschelig war ich nicht tasche ja genau ja die ist langweilig ich gehe jetzt so ein kleiner raus aber das gibt es obendrauf noch und ja wer da noch eine party buchen will den shoppinglink möchte taschenparty whatsapp party home party facebook live party irgendwas zum party meldet euch die gibt es kostenlos noch nur im oktober und finde ich richtig cool dass die gastgeber extra noch mal belohnt werden und du hast deine schildkröte die twiggy hallo 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 ja genau ja das ist eine schöne kuscheldecke und ist so flauschig und kuscheldecke voll schön da freue ich mich und ich freue mich voll mit für euch die ganze Zeit so wie cool und dann könnt ihr euch so eine tasse und das aussuchen decke ja aber ich finde das halt voll cool ich würde mich voll freuen wenn ich da als gastgeber zusätzlich noch etwas kriege und dann für 110 euro kostenlos sachen aussuchen boah das ist schon mega und dann auch noch 3 halbe preisartikel also richtig cool schick dir einen link ja ich kann dir so einen link erstellen eignen dann kannst du da sammeln und da brauche ich Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer das gebe ich alles ein das ist in 3-5 Minuten passiert und dann erstelle ich da den link und dann schreibe ich da Mosa Shopping Link und dann kannst du da bestellen und alle die wo da bestellen das seht ihr dazu also wenn eine freunde bekannte von dir bestellen oder irgendjemand wo einfach sagt die klickt da mal drauf das kommt dann immer mit dazu da fährt noch ein Bus vorbei was ist der kleine wie heißt der ach so das ist der Luca der kleine von mir genau mein Sohnemann ja da steht Reisebus drauf da steht Reisebus drauf genau hier genau also dann schreibst du mir einfach mal so einen privaten und eine Nachricht dann kann ich dir auch gerne so einen Shopping Link erstellen und wenn es nicht voll ist da passiert auch nichts also dann ist nichts da passiert nichts aber alle probieren es gerade weil sie sagen einfach probieren und wenn man es dann zusammenkriegt umso besser weil Weihnachten kommt ja jetzt auch alle wollen dann noch Geschenke haben und den Shopping Link kann man 90 Tage laufen lassen also jetzt ist erst Oktober, November, Dezember da sind wir voll da drinnen also das ist der perfekte Zeitpunkt genau ne echt super und ich freue mich so das ist so cool und die Tasse also echt schön ne finde ich cool dass sie sowas machen mega hi Lili na gut also dann machts es gut und sonst könnt ihr gerne unter sabineswohlfiedüfte.sense.de gucken Sven ist jetzt da ich habe ihn jetzt doch bestellt ich habe mir ewig hin und her überlegt aber ich habe mir den Sven geholt von Frozen dieses süßes Rentierchen ja oh also das soll eine Überraschung sein eventuell ja mal schauen Überraschung zerplatzt ne aber mal schauen und da bin ich schon gespannt wenn ich den da habe voll schön ne na gut also jetzt hau ich ab sonst könnt ihr ewig wieder da hocken und euch Sachen erzählen schrecklich also dann machts es gut bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.